Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich habe hier Chime, ein Musikbasiertes, ich hatte ja letztens 140 angezockt, also das ist auch Musikbasiert. Wir machen jetzt einfach mal einen Time-Modus. Ja, wir fangen natürlich mit einer Map an und starten dann einfach mal rein. Also wir müssen hier die Glocke holen. Ach, jetzt so kann ich drehen. So, so, und den. Und so, oh oh. So. Ah, ich kann da jetzt wieder was reinsetzen. Ähm, okay. Da was hin, 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 da was hin. So, also wir müssen hier auf jeden Fall so viel wie möglich Coverage kriegen. Das heißt, wir müssen so viel wie möglich Fläche belegen. So. Und dabei so viel wie möglich Punte sammeln, natürlich. Ähm. Da hier hin. Ich glaube das war jetzt nicht ganz so cool. Da komme ich jetzt noch mit dem rein. So. So. Aha, der ist groß. So. Und den da hin. Und den da hin. So. Dann wird er auch größer. So. Aha. So. Jetzt nehme ich den gleich aus. Wenn ich jetzt noch nünftige Teile kriege. Ähm. Ähm. Dann. Dann. Ähm. Ne, das hat uns jetzt irgendwie die Tour versaut. So. Ähm. Dann. 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 Da hast du einfach mal denultiplier versaut. Ne, noch nicht. So. Ich muss hier noch bisschen mehr Coverage kriegen. Ja, drei, einen Haltenunch ins Dritte, weitere Wabilität. Haha, ich hab's noch gewaltt. So, was wir digamos nicht weiter dran brauchen. Ab jetzt ist meinultiplier auf jeden Fall weg gewesen. Ja, den krieg ich hier irgendwie nicht so wirklich gut. Ach, jetzt, ich weiß, es ist auch zu spät. So, dahin, 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 dahin. Ha, der wird riesig. Riesig, sag ich euch. Ja, jetzt ist es vorbei. Schau, geht immer noch voll? Nein, dahin, dahin, dahin. So, 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 so. So, das war jetzt ein sehr guter Grich. Ich glaube, irgendwie das Licht hier war noch ein bisschen. Natürlich ist Blüter jetzt nicht viel gelater. Das hat es uns jetzt gerade ein bisschen zugebaut. So, ich habe hier nämlich so viel gecovert, das ist jetzt, ich werde jetzt mal so ein bisschen mehr zuzubauen, irgendwie mal in die Lichter. Was soll man machen? Ja toll, wie ich den zweimal habe. Das habe ich doch veräppelt. Das war gerade wieder mein Bonus, der sich verabschiedet hat. So, Leute. Ah, den wollte ich nicht einab. Den zwar hat schon funktioniert. Jetzt, nein! Ah, ich drücke zurück. Also, wenn wir mal diese Fragmente, wenn die irgendwann verschwinden, zerrotzt uns den Bonus, den wir kriegen, durch das Vollmachen der... ... und... ... und... ... und... ... und... ... Schade. ... und... ... und... ... und... Das ist genau wieder der Falsche. Ja, ja, ja. Nein, nein. Ach, verdammt. Ähm, als wir noch ein bisschen da weg ist. Weg. Wir haben hier noch keine Bäume. Das ist sowieso anders. Füllen wir noch jemanden auf. Nein! Ah! Pass ich. Also solange wie dieser Kasten auffüllt, kann ich da anbauen und ihn sozusagen vergrößert. Jetzt habe ich natürlich recht ziemlich darauf geachtet, dass... ... 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 Das ist auch ein falscher... Jetzt... Nein! Aha! Verdammt! So... Die da oben hin... So... Ich kriege hier irgendwie nur Müll ab... Ah! Wo? Zählt ja nicht mehr dazu! Ah, verdammt! Ich wollte da mal wieder sagen, so... Nein, da hin! Oh, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter... So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das nächste Level freigeschaltet... Und... So... Und... Jetzt ist gleich wieder unser Polo-Sack... Ich glaube, wir haben hier schon verlaufen... Ist das ein anderer... Wo macht der da nicht weiter? Wo könnte ich immer die, die ich nicht haben will? Na, jetzt gibt er mir den anderen... Noch dahin, wenn die man in einen sitzen möchte. Mach auf der da hin! Da hin! Da hin! Und da hin! Und da hin! Und die... Ah! Dann schiebe ich das hin. Bei A hat Wohlstand einen neuen. Dann schiebe ich das hin. Ich will sie mal damit verbinden, dass das hier ... Na toll. Da muss ich die Kerbel hier sein. So. 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 Binden die beiden jetzt einfach verbinden. Wir sowas noch nicht drin, aber wir müssen demí. Dann schiebe ich wieder aufs Rutsch. Das ist ja von höflich. Ein bisschen drauf drauf. Musik 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 Das ist das Geburt. Da hin. Das ist der Lauf. Das muss man da hin. Schon mal, dass wir hier noch sonst sagen. Das kann man nicht dran. Das kann man nicht dran. Das ist der Lauf. Das ist der Lauf. Das ist der Lauf. Das ist das Lauf. Das ist der 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 Lauf. So, kommt schon mal da hin. Kommt, eh, eh. Auf mal! Ich brauche nicht. Es darf noch nicht vorbei sein. Ich glaube, das ist der letzte Block, den ich jetzt bauen darf. Solange der noch aktiv ist, geht es auch viel weiter. Ah, nee, ich habe da noch mal Zeit zu hinzu. Nein! Ah, verdammt! Solange der Block aktiv ist, kann er noch was machen. 91% bei 100% kriegt man ein Bonuslevel. Aber 2 Millionen Punkte sind doch schon mal gut. Okay. Was ist das Level? So. So. Oh, so machen wir. So. Nein, das ist zu. So. Also, musikalisch gefällt mir das auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. So. So. Ähm, ich glaube doch da. So. So. Shit. So. 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 Jetzt ist an der Stelle auch vorbei. Ach, den wollte ich doch gar nicht so hören. Nein, ach, was brauche ich denn da? Na komm, ich kriege das. Nein, ich kriege das nicht. Wechseln in der Musik. Oh, nein. Scheiße. Oh, nein, ich kriege das nicht. Ach, das hilft nicht, weil ich... Oh, ja. Musik Musik Ich muss dieses Fisch loswerden Ah, es versorgt es mir wieder Musik Musik Okay, it's open. Das ist wieder zu den Sinn. Das ist wieder zu den Sinn. Gehen wir mal hier weiter. Nicht so viel Coverage. Ich brauche noch ein bisschen... ...löschen. Und dann... Könnte ich jetzt mal etwas komisch hier... Schmeckt ihn... Ich hätte den mal einfach drauf setzen sollen. Hm... So... 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 Ne... Ok... Das war's mit dem Bauplatz. Jetzt gleich den nächsten hinsetzen. Und dann... Ach du Schande... Ne... Das kriege ich nicht gerettet. Das sind Pferde. Eieiei... So... 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 Ja, korrekt. Es ist dafür zu spät. Jetzt hab ich wieder... Hallo. Da hab ich auch versetzt. Fätschen ist jetzt... Fätschen, Fätschen... Fätschen, Fätschen, Fätschen. Das kann ich auch mal machen. So... Dann haben wir jetzt die... Coverage Ach, das war noch mal. Okay. So, die Zeit haben wir noch nicht mehr. Jetzt geht es gleich noch mal den Holos. Danke schön. Aber, wieso? Diesmal war doch noch... Ja, freemode wäre jetzt auch frei. Ähm... An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich kann für meinen Teil sagen, dieses musikalische ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist ganz interessant. Macht Spaß. Und ja, probiert es mal aus. Ciao. 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 Ciao.